So, puh. Krieg ich das andere Kram her? Ich hab keine Ahnung, so ne Scheiße. Ah, da hab ich eins. Nimm das. Okay, und das andere? Ähm, los, werf das ein. Ähm, los. Ist da das dritte drin? Ne, ah, da ist ein Skelett. Da ist es bestimmt. Das dritte. Okay, los, mach das doch da rein. Harry! Einschmeißen, genau. Was nimmst du da? Dass du stark bist und so. So, jetzt bist du wieder Regenbogen. Harry und so. Jetzt ziehst du da an der Kette. Hä? So. Zieh da dran. So. Oh! Hier kommt... ...der Vogel. ... ... ... Jetzt hat er ihn blind gemacht. Ih, lass das. ... ... ... Okay, jetzt muss ich da irgendwie... ... 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 Also, muss man vielleicht da hinten auch dran ziehen oder so? Ne, das ist so ein Dings, wo nur die Kobolde machen können. Also die Griffwook und so. Tja. Soll ich denn da hochkommen? Okay, das hier hatte er schon kaputt gemacht, aber das da hinten noch nicht. Oh, wie komme ich da hoch? Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall den Boot. Nur wie komme ich denn da hoch? Ich kann mit ihr nicht spielen. Irgendwie kann ich mit ihr nicht spielen. Ich muss locker irgendwie... Los, geht da weg. Ich muss hier locker irgendwie auf diesen Vogel draufspringen. Aber nur wie? Was macht der Vogel überhaupt? Komm ich da hoch? Ich habe gerade keine Ahnung. Oh Mann, ey, echt. Das ist doch scheiße. Da sind übrigens Punkte. Toll. Die Punkte sind mir jetzt gerade zur Ausnahme. Echt mal egal. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ach komm. Nerv mich nicht. Scheiß Wollemore-Typi. Oh. Okay. Oh, okay. Okay, 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 okay. Musst du schnell zusammenbauen. Ich weiß, ob der wiederkommt, vielleicht. So, äh. Äh. Eine Ziehharmonika, toll. Und jetzt? Drei Ziehharmonikas brauche ich, oder wie? Oh, das schaut aus wie eine komische Heizung. Was zum Hacker, ey. Ah, da muss ich ja noch was zusammenbauen. Okay, was ist das jetzt? Was mache ich damit? Bitte sag mir, dass ich mit dir auch irgendwas machen kann. Dass du nicht nur hübsch ausschaust. Nein, irgendwie kann man dir nichts machen. Das ist doch scheiße. Hm. Ja, und jetzt? Ah, da ist noch was zum Zusammenbauen, oder? Nein. Das ist doch... Da ist... Da ist... Irgendwie... Sowas. Okay. Okay, das sind... Instrumente. Was will ich mit den Instrumenten? Okay. Und hier ist so eine Flöte, oder? Das finde ich ein bisschen krank gerade. Und ich verstehe auch nicht, wieso Instrumente und so. Okay, und? Fah- Woh! Wann? Und jetzt? Wie komme ich da hoch, ey? Muss ich da irgendwie rein? Ich drehe noch total durch. Wie komme ich da hoch? Okay, ich habe keine Ahnung. Warum macht es Harry eigentlich nicht? Ich habe da die ganze Zeit vorhand drangedrückt. Aber nein, das macht er nicht. Da, okay. Ey, ne? Muss erst wieder eine Frau kommen, Harry. Wow, cool. Los. Schnell. Schwert. Yay. Jetzt habe ich schnell. Schnell ist die Lage hier. Rettet. So. Und jetzt. Geh tot. Und jetzt. Ja, es ist tot. Es ist tot. Endlich. Ah, ja. Oh, ich habe Angst. Na, versteht sie jetzt? Hä? Ja. 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 Ha, ha, ha. Wie schön. Dieser Lego-Humor, ey. Oh Gott, ich brauche auch sowas. Ha, ha, ha. Ah, das ist so niedlich. Sie haben gerettet. Level abgeschlossen. Yay. Zwei Hauswappen. Ein geretteter Schüler und wahrer Zauberer. Mann, wir sind so gut. Schön. Wieder richtig schön viele Stats. Haben wir auch. Schön. Es gibt richtig viele goldene Steine. Level abgeschlossen. Ein Zauberer und wahrer Spieler in Gefahr. Ja. Geschichte fortsetzen. Ich glaube, es ist jetzt eh gleich das Schloss, oder? Ich weiß gar nicht. Ach doch, Schabernack. Oh, armer Dobby. Ach ja, jetzt macht er, dass Dobby gleich frei ist. Schön. Eine Socke. Normalerweise müsste es eine Socke sein. Ja, eine Socke. Jetzt ist Dobby ein freier Hauself. Yay. Und Termine lebt. Yay. Termine. Wie im Film. Schön. Und er ist auch wieder da. Alle sind da. Yay. Yay, yay, yay. Schaut mal, da war eine Katzen... Oder doch nicht. Ich dachte, es war eine Katzenkaraffe. Ach, schön. Und ich habe wieder keine Lust, dass ich das... Ich schneide das einfach später raus. So, ihr Lieben. Oh. Oh, das kann ich ja einfach überweg machen. Hoho, ich bin so doof und ich... Ich lasse das immer. Ich mag so Spielabspanne nicht. Das finde ich unnötig. Also, finde ich jetzt nicht... Finde ich nicht unnötig, aber... In meinem Let's Play das zu zeigen, finde ich unnötig. Finde ich unnötig. So. Jetzt haben wir ein paar Lego-Männchen gesehen. Schön. Und ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Aber... Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Einen Cut. Oder spiele ich noch? Wenn ich wüsste, wie viel ich aufgenommen habe. Naja. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.